Hier präsentieren wir die 5 beste Unterwasserkameras Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Startnummer 5. APMAN Action Cam 1080p Full HD Unterwasseraktion Kamera. Diese Unterwasser-Elektronik-Kamera Komplett HD hat eine tolle Bildauflösung von 12 Megapixeln und auch eine ausreichende Videoauflösung von 720 bis 1080 Pixel. Dies bringt es in den goldenen Mittelwert und kann auch auf Augenhöhe mit den ausgezeichneten bis großen Unterwasser-Elektronik-Kameras bleiben. Wenn Sie ausgezeichnete Fotos wünschen, sollten Sie eine Kamera mit mindestens 16 Megapixeln und 4K auswählen. Die Liegenschaft der APMAN Action Cam hält bis zu einer Wassertiefe von 30 Metern. So können Sie sie ideal zum Tauchen nutzen. Es eignet sich hervorragend für alle Outdoor- und Wassersportaktivitäten wie Schwimmen, Wassersport, Surfen, Radfahren und vieles mehr. Die APMAN Action Webcam hat kein WLAN, hat aber noch alle erforderlichen Ergebnisse wie HDMI, USB sowie AV für eine problemlose Verbindung zu Computer, TV sowie Projektoren. Nummer 4. GoPro Hero 5 Black Action Kamera. Mit Auflösungen von 12 Megapixeln und 4K bietet Ihnen die GoPro Hero 5 Black Aktivitätskamera scharfe Fotos und Videos in außergewöhnlicher Qualität. Sie können die Kamera bis zu einer Tiefe von 10 Metern mitnehmen. Ein Plusfaktor dieser Version ist, dass Sie Ihre Aufnahmen direkt auf der GoPro schneiden können. Ein 170 Grad großer Winkel macht bestimmte vernünftige und auch tolle Aufnahmen. Die Unterwasser-Elektronik-Kamera Hero 5 von GoPro hat auch mehrere andere hilfreiche Attribute wie einen einfachen Touchscreen mit einer Dimension von 2 Zoll, erweiterte Videoclip-Stablizing und Sprachsteuerung, mit denen Sie Ihre Kamera freihändig mit nur Sprachbefehlen ausführen können. Ein weiteres Highlight ist die General-Praktitioner-Funktion, mit der Sie auch nach Jahren noch sehen können, wo Sie Ihre Aufnahmen aufgenommen haben. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Victore Action Cam 4K Wi-Fi Unterwasser-Kamera. Mit ihren 16 Megapixeln sowie 4K Ultra HD hat die Victore Action Camera Arc 600 eine sehr hohe Auflösung, die es ermöglicht, brillante Fotos zu machen und Ihre Erfahrungen wirklich zu dokumentieren. Dies deutet darauf hin, dass das Victore 4K Wi-Fi mit den effektivsten Unterwasser-Elektronik-Kameras konkurrieren kann. Die wasserdichte Immobilie ermöglicht es, Bilder sowie Videos in einer Tiefe von 30 Metern zu machen, die Sie schnell auf dem 2 Zoll LCD-Bildschirm betrachten können. Mit dem 170 Grad Weitwinkel-Objektiv können Sie breitere Szenen filmen und auch sinnvolle und natürliche Aufnahmen aufnehmen. Nummer 2. CrossTour Action Cam 4K 20 MP Die CrossTour Action Cam hat eine hohe 4K Ultra HD Auflösung, mit der Sie speziell klare und fantastische Bilder erhalten. Der 2 Zoll Bildschirm basiert auf hochwertiger LCD-Innovation, die ebenfalls die beste Videoclip-Top-Qualität sicherstellt. Mit dem 170 Grad Breitwinkel wird das Anschauen Ihrer Fotos und auch Videoclips zum Vergnügen. Je nach Ihren Anforderungen können Sie Ihre Fotos im Zeitraffer-Modus aufnehmen. Die CrossTour Unterwasserkamera hat ein starkes, wasserdichtes Gehäuse, weshalb Aufnahmen in einer Tiefe von 30 Metern kein Problem darstellen. Sie können Ihre Videos ganz einfach auf Ihr Mobiltelefon, Ihren PC und andere digitale Tools übertragen, indem Sie die integrierten WLAN, HDMI, TV und USB-Ausgänge verwenden. Und die Nummer 1 unserer Liste. WEMONT Wi-Fi Fröh HD Action Kamera Die WEMONT Action Videokamera nutzt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von den Verbrauchern beklatscht. Es verfügt über ein hochauflösendes HD-LCD-Display mit einer Funktionsgröße von 2,0 Zoll. Sie können Ihre Aufnahmen in scharfer Bildtop-Qualität direkt auf der Kamera ansehen und sofort genau wissen, wie toll Sie tatsächlich geworden sind. Das 170-Grad-Weitwinkel-Objektiv garantiert ein beeindruckendes Bilderlebnis. Mit einer Auflösung von 720 Pixeln ca. 1080 Pixel bleibt die Wi-Fi Full HD Unterwasserkamera von WEMONT im gemeinsamen Bereich und kann mit verschiedenen anderen Activity-Werkcams mithalten. Die Bildauflösung ist mit 12 Megapixeln relativ hoch. Die WEMONT Unterwasser Videokamera verfügt über eine schnurlose Konnektivität Wi-Fi, mit der Sie Ihre Fotos und Videos schnell mit einer kostenlosen App auf Ihrem Smartphone oder Tablet sehen können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.